Moin. Wir sind das Dr. Winterteam. Ich bin Dr. V. und das ist Dr. Inter. Und wir haben wieder eine Anfrage von Jacqueline15. Jacqueline fragt, ob, wenn sie das erste Mal Sex hat und ihr Jungen von Häutchen platzt, ob ihre Eltern das hören. Liebe Jacqueline, nur wenn sie mit dir im gleichen Bett liegen. Sonst würde das wahrscheinlich nicht passieren. Moin.